Wieder unentschieden, der Spielverlauf ist völlig offen. Limitri Payet jetzt. Das könnte der Gelegenheit werden. Super durchgesetzt. Mit Rolo. So, die Führung. Ja, Wolf, jetzt haben sie das Ding erstmal im Griff. Ich glaube, das wird noch hochinteressant. Da kann er das Tor nicht verhindern, obwohl er noch dran war. Der Ball. Aktueller Spielstand, jetzt also 2.